Ich bin Carina, vielleicht kennt ihr mich schon vom Hochschulsport der KU. Wir werden jetzt ein Ganzkörper-Workout machen, dafür braucht ihr keine Geräte. Schnappt euch nur eure Wasserflasche und los geht's! Wir starten mit den Squats. Achtet darauf, dass eure Knie stabil sind und euer Rumpf aufrecht. Der Po geht Richtung Boden, Knie gehen nicht über die Zehenspitzen hinaus. Für die nächste Übung stellen wir uns etwas breiter hin, gehen runter und heben abwechselnd unsere Fersen hoch und stellen sie wieder ab. Auch dabei bleiben die Knie stabil und gehen nicht über die Zehenspitzen hinaus. Der Po geht nach unten und der Oberkörper bleibt fest und möglichst aufrecht. Als nächstes kommen Burpees. Wir stützen uns auf, springen runter und dann explosiv nach oben. Wer möchte, muss den Oberkörper nicht komplett ablegen, sondern kann auch einfach zurücktreten oder springen und wieder nach vorne und explosiv nach oben. Achtet auch hier auf eure Ellenbogen, dass sie eng am Körper geführt werden, dadurch schont ihr eure Schultern. Dann geht's weiter mit den Auswahlschritten nach vorne. Auch hier achten wir auf ein stabiles Knie, das nicht über die Zehenspitzen hinausgeht, auf einen aufrechten und festen Oberkörper. Wir haben bei allen Übungen eine Grundspannung im Oberkörper, im kompletten Rumpf. Und dann kommen seitliche Ausfallschritte. Das heißt, wir machen abwechselnd nach links und rechts einen großen Ausfallschritt. Auch hier bleibt das Knie fest und geht nicht über die Zehenspitzen hinaus. Und dann mit meinen Ausfallschritten nach vorne. Und dann kommt das Knie fest und geht's nach vorne, alles Sünder in der Videobankung. Und dann kommt das Knie fest. Und nochmal seitliche Ausfallstriche. Wir versuchen aus der Kraft der Oberschenkel und des Pus zu arbeiten und nicht so sehr mit Schnur. Dann für die nächste Übung gehen wir auf die Matte. Wir gehen in den Vierfüßlerstand und kicken mit dem linken Bein nach hinten oben. Wir ziehen das Knie zur Brust und kicken dann mit der Fußfläche nach oben. Vier Kicks und dann vier pulsierende Bewegungen. Der Blick geht dabei auf den Boden, das heißt wir überstrecken nicht den Nacken. Und Seitenwechsel, jetzt gleich mit dem rechten Bein, Knie zur Brust und dann schieben wir die Fußfläche möglichst nach oben. Vier mal kicken, vier mal pulsieren. Für die nächste Übung bleiben wir in dieser Grundposition, gehen jetzt das Bein allerdings seitlich nach oben. Das Bein ist im 90 Grad Winkel angewinkelt und wir heben es auf 90 Grad nach oben. Der Blick geht auch dabei auf den Boden und wir arbeiten nicht mit Schwung, sondern aus der Kraft der Muskulatur und versuchen dabei auch unsere Hüfte auf einer Höhe zu lassen. Das heißt nicht mit dem linken Bein auch die linke Hüfte nach oben bringen. Und wir wechseln die Seite, gleich geht es mit dem rechten Bein weiter. Wir heben auch das rechte Bein seitlich nach oben aus der Muskelkraft. Und so langsam brennt die Po-Muskulatur, aber wir halten es noch durch. Diese Übung haben wir geschafft. Als nächstes gehen wir in die Plank-Position und bewegen uns nach oben. Das heißt, das ist die bewegte Plank. Wir stützen uns abwechselnd auf die Hände und dann wieder nach unten auf die Ellenbogen. Wir bauen auch mal einen Richtungswechsel ein. Der Rumpf bleibt dabei auch stabil, die Po-Backen sind angespannt. Dann gehen wir in den Seitstütz, heben die Hüfte nach oben. Wer möchte, kann auch seinen Arm nach oben strecken oder das obere Bein. Das ist aber kein Muss. Wichtig ist es, die Hüfte senkrecht ausgerichtet zu lassen. Das heißt nicht nach hinten oder nach vorne zu kippen. Und wir wechseln die Seite, stützen uns jetzt mit dem linken Arm auf. Wer möchte, kann unter den Arm und das Bein nach oben strecken. Die Hüfte bleibt senkrecht ausgerichtet und nach oben gestreckt. Und damit haben wir uns eine kurze Trinkpause verdient. Sehr gut gemacht. Wir starten in die zweite Hälfte mit einer Bauchübung der Lokomotive. Dazu hebt ihr euren Kopf, um eine Grundspannung auf dem Bauch zu haben. Der untere Rücken ist am Boden und ihr macht mit beiden Beinen große Kreise parallel in eine Richtung. Und dann kommt ein Richtungswechsel, das heißt wir machen die gleiche Übung, jetzt allerdings in die andere Richtung. Je weiter wir die Beine vorne ausstrecken, desto anstrengender ist es. Wir behalten die Rückenlage bei und heben jetzt unseren Po nach oben ein. Das heißt wir strecken das linke Bein nach oben und drücken unsere Hüfte aus der Kraft des rechten Beins nach oben und spannen dabei oben die Gesäßmuskulatur ganz fest an. Und dann machen wir einen Seitenwechsel, das heißt das gleiche jetzt aus dem linken Bein. Wir drücken die Hüfte aus der Kraft des linken Beins nach oben, spannen oben die Po-Muskulatur an. Wem das zu anstrengend ist, der kann das auch beidbeinig machen, das heißt beide Beine parallel aufstellen und dann die Hüfte hochdrücken. Für die nächste Übung legen wir uns seitlich ab, legen das obere Bein vorne über das untere und heben das untere Bein aus der Kraft der inneren Beinmuskulatur nach oben. Wir arbeiten nicht mit Schwung, sondern eben aus der Muskelkraft. Auch für die nächste Übung bleiben wir in dieser Seitlage, heben jetzt allerdings das obere Bein nach oben. Und arbeiten auch hier aus der Muskelkraft, nicht mit Schwung. Diesmal geht es auf die äußere Beinmuskulatur und wir lassen die Hüfte senkrecht ausgerichtet. Das heißt, die Hüfte fällt nicht nach hinten oder nach vorne, wodurch wir mehr mit der Beinmuskulatur oder dem Hüftbeuger arbeiten würden, sondern arbeiten aus der Beinmuskulatur. Dann wechseln wir die Seite, gehen wieder in die Seitlage und beginnen mit dem Beinheber der inneren Beinmuskulatur. Musikulatur 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 Als nächstes wieder heben wir das obere Bein nach oben. Die Hüfte bleibt senkrecht, der Po fällt nicht nach hinten. Also nicht so nach hinten fallen, sondern senkrecht und aus der Kraft der äußeren Beinmuskulatur arbeiten. Musikulatur Für die nächste Übung gehen wir in Bauchlage, bringen unsere Fußflächen aneinander, pressen sie aneinander und heben die Beine aus der Kraft des unteren Rückens nach oben. Die Stirn könnt ihr auf den Händen ablegen, der Blick geht auf den Boden, sodass die Wirbelsäule neutral ist. Musikulatur Die nächste Übung ist ganz ähnlich, wir bleiben in dieser Grundposition, allerdings kicken unsere Füße jetzt nach oben. Die Fußflächen zeigen Richtung Decke und wir kicken eben aus der Kraft der Po und der unteren Rückenmuskulatur nach oben. Die Stirn kann auch hier auf den Handrücken abgelegt sein. Musikulatur Das brennt im Po und im unteren Rücken. Musikulatur Als nächstes legen wir uns wieder auf den Rücken und heben jetzt beidbeinig den Po nach oben. Wir bringen unsere Hüfte und unser Gesäß so weit wie möglich nach oben, spannen die Gesäßmuskulatur an, als würden wir eine 2-Euro-Münze einklemmen wollen und die Knie bleiben dabei parallel und fallen nicht auseinander. Musikulatur Das erfordert viel Stützmuskulatur in den Armen und der Schulter. Je weiter ihr das Gewicht nach vorne verlagert, desto anstrengender. Musikulatur Knie bleiben stabil. Musikulatur Auch wenn es anstrengend ist, beißen die uns durch und springen explosiv nach oben. Musikulatur Und zum Schluss des Workouts machen wir noch was für unseren Bauch. Wir gehen in Rückenlage und fangen an mit den Bicycle Crunches. Das heißt, der rechte Arm geht zum linken Knie und umgekehrt. Je weiter ihr das Bein vorne ausstreckt und Richtung Boden bringt, desto anstrengender ist es für die Bauchmuskulatur. Musikulatur Und spürt mal richtig in diesen Twist hinein, versucht euren Oberkörper so weit wie möglich nach links und rechts zu bewegen, um die seitliche Bauchmuskulatur stärker anzusprechen. Musikulatur Für die nächste Übung stellen wir unsere Beine auf und versuchen mit unseren Händen die Waden zu berühren. Das heißt, wir richten unseren Oberkörper leicht auf und berühren unsere Waden. Und mit der letzten Übung brennen wir unsere Bauchmuskulatur noch aus. Wir gehen in die Schiffchenposition. Das heißt, der Oberkörper ist fest, die Beine sind leicht vom Boden abgehoben. Je weiter die Beine unten sind, aber noch nicht natürlich am Boden aufliegen, desto anstrengender für die Bauchmuskulatur. Und wir halten es, auch wenn es brennt. Aber das sind die letzten Sekunden. Ja, es brennt. Ich würde mich am liebsten schon verabschieden, aber ein bisschen muss noch sein. Und wir haben es geschafft. So, wenn euch dieses Workout gefallen hat, dann schaut auch Montag bis Donnerstag bei den Live-Workouts vorbei. Die finden von 19 bis 20 Uhr statt und den Link findet ihr in der Infobox und hier eingeblendet. Und wenn ihr weitere Anregungen für Übungen habt, dann schreibt die in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.